Ich komme zurück zu Luigi's Mansion Und jetzt n 완�анов pronto geht es mal wieder weiter mit Eva Thümen stammt nach Werk Kuschelnötiger Klemmner Bab warnings alles gut gegen die Linie mit Eure Anni vor Speed gemacht jetzt mal ein bisschen hatte ich jetzt mal Lust drauf vielleicht gefällt es ja auch und so zu müssen die Menschen weiter und warum eine Kunde wieder den nächsten Part also ab nächster Woche und das bekommen wieder ein paar mehr Part weil jetzt im Moment sind wieder ein paar Arbeiten und so Sprecher und äh krok 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 log krok Hallo Herr a ja hätte uns jetzt direkt angerufen hätte ich gelacht 4 st Wir sind Kluigi und wir sind Geldgeil. Ich muss mal schulde sein. Oh, Scheißbaum! Oh, kriegst Gold. Jetzt wissen wir, dass wir erst mal gegen Bäume treten. Kann man das öffnen? Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, muss man immer so lange warten! So kommt er mir vor. Komm nochmal. Hey, wir spielen! Spielen, du! Startet jetzt verdammte Spiel! Ja. Ja, hallo mein Freund, guck mal hier. Wow, guck mal wie lange das aufladen. Du Kackbohnen! Bohne! Oh mein Gott, Schlüssel! Episch! Oh yeah! Hallo! Ich wusste ja nicht, ob ihr es wusstet, dass ich wusste, aber er wusste es. Komischer Papierpflanzen! Ja, wir müssen jetzt auf die Porten legen. Nun kannst du ihn wegsaugen. Nein. Ich würde mir diese Scheiße her... Hahaha. Ja, es fällt doch niemandem auf. Geld! Aber warum mit dem Staub drauf saugen? wird sie auf die Proate stellen. We are to go. Willst du noch hier? Luigi, du wirst so ne Brohe. Wie kannst du denn gar nicht greifen, Iroh? Aber die Musik ist noch cool, ne? Alter Luigi, lerne Treffen, dann grälen wir weiter. Hier, wir haben einen Kattus im Gesicht. Er hat getroffen! Es kann doch echt nicht wer da sein. Oh mein Gott, er hat Bratwurst. Wow, alles super. Oh je, so ein Anruf. Oh je, so ein Anruf, hier vor mir geht. Orange, ja, ja, gelb. Ja, ich hatte letzten seiner Freundin so gespielt, hab ich gesagt, ja, das hört so wie gelb an. Dann sag ich immer, es ist orange. Dabei, ich sag einfach orange, obwohl das gelb ist. Was? Was? Ja, es ist ja heiß, Herr Lustig, Herr Lustig. Komm. Komm her. Oh, der Buhu. Oh, hab ich ihn kriegen. Oh. Oh. Boah. Oder hat er sich noch berappelt? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mich zu. Woah, geing, geing, geing. Wir sind er. Ja? Vielleicht? Keine Ahnung. Oh komm, Alter, mach doch mal so. Hier geht der Mannschaft zurück. Bitt? Bist du ne Bitt? Der Mannschaft im Kreis. Wie ne Biatsch. Oh je. Ja, das ist nur, weil man langweilig ist. Nichts falsch verstehen, ne? Oh mein Gott, schon wieder ein Schlüssel. Oh, ne epische Scheiße. Damit wir die nicht wiederverwenden können. Das ist es. Jetzt habe ich sowas gefunden. Wie bin ich hier nochmal weiterbekommen, Alter? Das ist ein Logi. Das ist ein Logi. Da lachst du blöd, ne? Du mit deinem... 10 KP, ja. Jetzt habe ich dich, Ume. Kleinwerk. Und deine Schuss. Du bist gar nicht mehr Schlüssel. Die Schuss. Oh ja, du hörst du schon. Du hörst. Du hörst du schon. Du hörst du schon. Die Schuss ist ein Text. und der ist auch noch so blöd und trifft mich ja ich habe vergessen das ist noch zehn Minuten aufnehmen kann oh mein Gott aufpassen ich kann ja vorher sein die so fein wir haben hallo 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 diese schüttel Bohne diese Kartoffelpuree dieses Kartoffelpuree ja kennt ihr auch Kartoffelpuree was macht das eigentlich Oh ja! Wir kennen ja so ein schönes Scheiße. Ja hallo! Da fall ich nicht mehr auch rein. Oh will die Haff! Also ein Ding. Oh! Er war durchrein. Wir haben jetzt 10 Schaden dabei genommen. Das ist nicht schlimm. Episch! Ist einfach so episch! D-d-d-d Skaver kann! Und wenn du nicht wasst, Wir haben eine andere Haffo. Blitz und Stuft. Sorry, ich muss gerade den Ton ausbennen, weil meine Mutter rein kam. Schön, ne? Find ich auch. Oh mein Gott. Dann nehmen wir all diese Frucht. Machen so. Keine Sausel, wir haben den Ballon. Du willst doch den Ballon auch unbedingt haben. Wo are we going, mein Kind? Du bist so einfach nur Luigi. Luigi ist einfach nur Gaff. Aber ist irgendwie auch cool, ne? Ist ein goldenes Ding. Luigi. mach jemand anders. etas Die denken, well is coming. Aber nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum gehst du immer kaputt? War noch 3 Minuten offen gekommen. Das ist so gut. Give me the money. Oh. Fuck you. Das ist so... No! Oh! Oh. Je donne wij dir vorlesen. Laufen. Laufen du fem. Dmuuuuum, dunam di земle dum du dum 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 dum. Ha! Ha! 2 minuten noch, ok. 2 minuten noch, ok. 2 minuten noch, oh! ok, und genau. Littlich. Ja, konntest du nur mal reinrotzen. Ja ich halt das weg, der rotzt rein. Ich kenn das Rätsel von mir, das Ding von hierhin. Und wir hierhin und jetzt Ultimative Span. Oh je, eine Wasserpumpe damit wir halt haben. Geil. Und die Stirn. Ja, Wasserpumpe. Oh ja, er läuft an. Ja, er läuft an. Er läuft an. Oh, okay. We think we do it. But... What the fuck? Das sind wir noch im kleinen Cut nicht. Prass, also danach gibt's im kleinen Cut. Oh. Geile Scheiße. Epic. Hat der da gerade ernsthaft gefurrt? Was ist ein Ding? Oh. Oh. Look at me. Oh. 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 Alter Mann! Na geht doch. Ich hab zum Schluss nochmal ordentlich verkackt. Egal. Ein 2 Sterne Rang sollte es noch gehen. Zuckach. Ich hab zum Schluss nochmal ordentlich verkackt. Wir müssen eine Zinne machen. Damit wir es in der Aufnahmeseite geschaffen. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Egal. Einfach war es ganz gut, aber bei dem fetten Fisch hab ich einfach verkackt. Zeiss drauf. Aber wir haben den Buu. Das ist doch mal gute. Aber jetzt. Braucht doch nicht ne halbe Ewigkeit. Muss ich dann nochmal die Butter? Nein. Keinen Bocklauf. Ah. Moment nochmal kurz. Immer 10 Sekunden bevor ich fertig bin. Ein sachte Snoop. Kannst nicht aufnehmen. Na hier ein bisschen Geld. Ja Applaus. Nee. Okay. Erstmal ein Päuschen. Du süßen Wehne. Ja. Oh ja. Ja. Und dann geht's dann mit dem Windradtor weiter. Ciao. Ciao.